Ronald Zerfeld ist ein deutscher Schauspieler. Leben und Werk Ronald Zerfeld wuchs in Berlin-Schöneweide auf. Sein Vater, ein Ingenieur, und seine Mutter, eine Betriebswirtschaftlerin, arbeiteten beide für die staatliche DDR-Fluggesellschaft Interflug. Im Alter von fünf Jahren wurde Zerfeld im Kindergarten für eine mögliche Leistungssportler-Karriere im Judo entdeckt. Er besuchte daraufhin die Kinder- und Jugendsportschule in Hohenschönhausen und ging dem Leistungssport als Judoka bis zum 14. Lebensjahr nach. Zerfelds größter Erfolg war der Gewinn der DDR-Jugendmeisterschaft im Alter von elf Jahren. Nach der Wende und der deutschen Wiedervereinigung galt Zerfeld mit zwölf Jahren als zu jung, um in den westdeutschen Judokader übernommen zu werden und gab den Sport auf. 1996 machte er sein Abitur, absolvierte dann den Zivildienst und begann ein Germanistik- und Politikstudium an der Humboldt-Universität zu Berlin. Die Teilnahme an einem Theaterworkshop weckte sein Interesse für die Schauspielerei. Daraufhin begann er ein Studium an der Hochschule für Schauspielkunst, Ernst Busch, Berlin. Schon während der Studienzeit wurde Zerfeld von Peter Zadek für das Deutsche Theater in Berlin entdeckt. Nach seinem Studium folgte er dem bekannten Regisseur auch ans Berliner Ensemble und Sankt Pauli-Theater in Hamburg. Film- und Fernsehangebote schlug Zerfeld anfangs aus, bis er bei einem Casting die Bekanntschaft mit Dominik Graf machte. Nach Stefan Schiffers Kurzfilm Goldjunge besetzte Graf ihn in seiner preisgekrönten Kinoproduktion Der Rote Kakadu neben Max Riemelt und Jessica Schwarz. Für das Fernsehen stand Zerfeld an der Seite von Iris Berben für die ZDF-Produktion Der russische Geliebte in einer weiteren Hauptrolle vor der Kamera. Er war auch in dem Fernsehzweiteiler Wir sind das Volk, Liebe kennt keine Grenzen und in der Kinoproduktion in jeder Sekunde von Jan Fese zu sehen. 2009 folgte die Hauptrolle des Seeräubers Klaus Störtebecker in Sven Taddikens Abenteuerkomödie 12 Meter ohne Kopf. Erfolg war Zerfeld mit Dominik Grafs Krimiserie im Angesicht des Verbrechens beschieden, in der er erneut neben Max Riemelt agierte. Beide stellten zwei Berliner Polizisten dar, die im Milieu der Russen-Mafia ermitteln. Der Part des Sven Lottner brachte Zerfeld gemeinsam mit dem übrigen Schauspielensemble um Riemelt, Marie Bäumer, Niesel Matitschewitsch und Alina Lewschin den Deutschen Fernsehpreis und den Grimme-Preis ein. 2011 bekleidete Zerfeld eine Nebenrolle in Christian Schwochows im Theatermilieu spielenden Kinodrama Die Unsichtbare. Seine erste intellektuelle Filmfigur verkörperte er in Christian Petzold's Drama Barbara an der Seite von Nina Hoss. Die Darstellung eines in die DDR-Provinz versetzten Kinderarztes brachte ihm seine erste Nominierung für den Deutschen Filmpreis ein. Bei der Berlinale 2014 hatte der Kinofilm Zwischenwelten von Theo Aladar Premiere, in dem Zerfeld die Hauptrolle eines nach Afghanistan Abgeordneten Company-Chefs der deutschen Friedenstruppen spielt. Für seine Rolle als engster Mitarbeiter Fritz Bauers in Der Staat gegen Fritz Bauer wurde er 2016 erstmals mit dem Deutschen Filmpreis in der Kategorie Bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Zerfeld ist Mitglied der Deutschen Filmakademie. Privates Ronel Zerfeld lebt in Berlin-Prenzlauer Berg. Er ist Vater einer Tochter. Auszeichnungen 2006, Nominierung für den New Faces Award für Der Rote Kakadu 2010, Deutscher Fernsehpreis in der Kategorie Besondere Leistung Fiktion an das Schauspielerensemble von Im Angesicht des Verbrechens, Marie Bäumer, Wladimir Burlakow, Alina Levschin, Marco Mendig, Miesel Maticevic, Katharina Nezütova, Max Riemelt und Ronel Zerfeld 2011, Grimme-Preis für Im Angesicht des Verbrechens 2012, Nominierung für den Deutschen Filmpreis für Barbara. Kategorie Beste darstellerische Leistung Männliche Hauptrolle 2013, Jupiter-Filmpreis als bester TV-Darsteller für das unsichtbare Mädchen 2014, Grimme-Preis für Mord in Eberswalde 2016, Deutscher Filmpreis für der Start gegen Fritz Bauer 2016, Deutscher Schauspielerpreis 2016 in der Kategorie Bester Schauspieler-Nebenrolle für der Start gegen Fritz Bauer.